Hallo, hier ist der Spielhorst. Nein, heute nicht. Ja, ich hab's getan. Ich hab mich einer Nullsehkorb angeschlossen und versucht in den letzten 30 Tagen im Null zu leben. Ob das funktioniert hat und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr in diesem Video. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wird's Zeit. Bis umsonst. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an die Korb, Space Colony, an die Alli, Synergy of Steel und an den Anführer Erzos Vaters. Natürlich auch an Ceronin fürs Vermitteln. Für dieses Mal habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich werde da versuchen, ziemlich schnell durchzugehen, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn jemand Fragen dazu hat, dann entweder im Livestream stellen auf Twitch oder in meinem Discord oder hier einfach in den Kommentaren. Da wird euch geholfen. Ich werde euch einfach kurz einen Überblick geben. Warum habe ich das Experiment durchgeführt? Wie habe ich es durchgeführt? Was habe ich genau gemacht? Und was ist dabei rausgekommen? Warum habe ich diesen Test durchgeführt? Ich hatte diverse und auch wiederholte Einladungen ins Nullseck. Sowohl für mich als Spielhost-Charakter als auch für alle Mitglieder der Funky Friends. Dabei gab es viele, sehr, sehr viele Fragezeichen bei allen von uns und für mich unglaubliche Aussagen wie beispielsweise selbst Tag 1 Charaktere finden hier schnell rein. 2 Milliarden Mining-Erträge habe ich pro Tag. Kopfgeldticks von 30 Millionen sind keine Seltenheit. Oder wer einmal hier war, der will nie wieder weg. Wie habe ich den Test durchgeführt? Ich habe einen anderen Charakter benutzt. Mit abgeschlossenen Karriereagenten. 1,5 Millionen Skillpunkten, davon 800.000 frei verfügbaren Skillpunkten, 80 Millionen ISK Gesamtbesitz und 40 Millionen ISK Kontostand. Ich war 99% Undercover unterwegs. Das heißt, weniger als eine Handvoll Spieler haben den Test überhaupt mitbekommen, waren eingeweiht. Ich werde aber allen Spielern ehrlich kommunizieren, wer ich bin und was ich getan habe. Ich habe einen Omega-Account für 30 Tage Spielzeit mit 250.000 zusätzlichen Skillpunkten und 100 Blacks gekauft. Kurze Zeit später dann nochmal ein 30 Tage Omega Entdecker-Paket inklusive 250.000 Skillpunkte und 110 Blacks. Ich habe keinerlei Erfahrung als Minmata und auch keinerlei Erfahrung mit dem Leben im Nullseck. Ich war außerdem unterwegs als Otto-Normal-Gelegenheitsspieler und nicht als Hardcore-Spieler, wie man da und da vielleicht den Eindruck vom Spielhorst bekommen kann. Ich habe keinerlei Stream und keinerlei Streamer-Bonus in Anspruch genommen. Das ganze Vorgehen startete am Abend des 14. September mit einer Einweisung. Ich bekam allgemeine Informationen zur Coop, zur Ali. Ich habe mich im Portal registriert, im Discord von der Coop, von der Ali und von der Koalition. Zudem im TeamSpeak und habe mir die jeweiligen Rechte besorgt. Dann war weiterhin auf dem Programm das Aufsetzen und Einstellen des Frühwarnsystems. Ich habe die Einweisung bekommen in den Koalitions-Intel. Viele Links und viele Google-Tabellen wurden mir gezeigt, aber nach zweieinhalb Stunden Einführung und nur Information war ich einfach durch. Das war viel zu viel für mich an dem einen Abend. Aber sehr, sehr, sehr positiv. Ich hatte einen dedizierten Ausbilder, der sowohl an diesem Abend als auch in den nächsten Tagen und Wochen alle meiner Fragen beantwortet hat oder jemanden kennt, der die Antwort parat hatte. Am Tag 1 dachte ich mir, ich starte zur Entspannung in einer Venture mit ein bisschen Mining von Arconor und Bistot. Währenddessen habe ich mir mal die ganzen Informationen und Regeln zu Gemüde geführt. Hierbei bin ich ganz schnell auf die Pflichten der Ali gestoßen. Es besteht eine hundertprozentige Anwesenheitspflicht im TeamSpeak, sobald man im Spiel online ist. Es ist möglich, in einen ruhigen AFK-Kanal zu gehen. Das Ganze hat den Grund daher, da hat wichtige Durchsagen im TeamSpeak über alle Kanäle durchgesagt werden. Der Steuersatz beträgt 14%. Das splittet sich auf in 7% für die Coop und in 7% für die Ali. Beim Mining von fetten Allianz-Monten liegt der Steuersatz gar bei 50%. Damit wird unter anderem das SRP, das Ship Replacement Program, finanziert. Die Teilnahme an gekennzeichneten Home-Dev-Aktionen ebenfalls Pflicht. Außerdem gibt es hohle Informationen in den drei Discords von der Corporation, von der Allianz und von der Koalition. Rechte Natürlich kann man mit vielen, vielen Spielern zusammenspielen, von der Coop und von der Allianz, sogar von der Koalition. Jederzeit wird unkomplizierte Hilfe angeboten, zum Beispiel, wenn mal wieder ein Dreadnought irgendwo auftaucht. Du kannst alle Stationen benutzen, inklusive deren Dienste im gesamten Koalitionsgebiet, was gut ausgebaut ist. Hier besonders positiv zu erwähnen, du hast an jeder Station kostenlose Reparaturmöglichkeiten. Du hast einen sehr gut bewirtschafteten Intel-Kanal, inklusive einem individuell einstellbaren Frühwarnsystem, wenn neutrale Spiele irgendwo auftauchen. Du hast die Möglichkeit eines Buyback-Programms, in Form vom Cheater bei minus 10%. Du kannst gemeinsam auch größere Flottenkämpfe bestreiten. So 200 bis 300 Schiffe sind keine Seltenheit. Du hast den kompletten Schiffs- und Modulersatz bei ausgeschriebenen Flottenaktionen. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Es gibt diverse Ausbildungsprogramme. Für Neulinge, beispielsweise über das Bewegen im Null, das Leben im Null, die Wirtschaft im Null. Ausbildungsprogramme für spezielle Schiffsklassen. Ausbildungsprogramme für spezielle Aufgaben in der Flotte. Tackle, Gemma, Cover-Drops. Das alles gibt es inklusive der Schiffe, die gestellt werden. Und du wirst natürlich beraten, hinsichtlich Schiffen, Skills, Fitting und Doktrinen. Zum ersten Spielen beim Mining suchte ich mir dann Anschluss an einen Spieler, der seinen eigenen Korbmond abgemeinert hat und mir die Freigabe erteilt hat, mitzumachen. Zudem habe ich eine Corvedor geschenkt bekommen, ein Mining-Schiff. Nach der Mondaktion habe ich mich dann weiter dem Arconor und dem Bistot in den Belz gewidmet. Immerhin kam ich hier schon mal auf. 40 Millionen Isk für ca. 6 Stunden, teilweise gar mit Boost und Kompression. Und, es ist schön, einer aus der Korb hofft mir alles, Erz, das ich gemeinert habe, per Vertrag ab. Nun, am zweiten Tag hatte ich genug vom Bergbau, ich wollte kämpfen. Um in Richtung Dortrinschiff zu gehen, welches die Moon hin ist, nahm ich mir eine Hurricane, ich fand die ganz gut, ich habe die gefittet, sah aber wirklich kein Land in der vermeintlich einfachen Seite, Knotenpunkt. Also bekam ich Hilfe im TS, eine verbesserte Version meiner Hurricane und die Empfehlung, im Asteroidengürtel ratten zu gehen. Nun gab es in der Region, in der ich war, nur wenige Asteroidengürtel und das Kopfgeld lag zwischen 64 und 99%. Was jetzt nicht so prall ist, habe ich mir gedacht. Das Beltradding klappte zudem eher schleppend, ich musste immer raus und wieder reinworben und so machte sich bei mir erste Frustration bereit, ja vermutlich aufgrund der mal wieder fehlenden Skills. Am Tag 3 habe ich mir ein neues System gesucht und auch gefunden. 17 Asteroidengürtel und zwischen 102 und 108% Kopfgelder. Das war schon ein bisschen besser, dachte ich mir, macht mir Spaß, kommt mehr rum. Das Beltradding hat halbwegs gut geklappt, allerdings, wenn zwei oder mehr Schlachtschiffe drin waren, musste ich einmal raus und wieder reinworben. Und so kam ich in der Regel auf so 10 bis 15 Millionen pro Stunde, inklusive dem Looten aller Schiffe ab Stufe Battlecruiser. Und auch hier, super Sache, einer aus der Korb kauft mir allen Loot per Vertrag ab. Mit besseren Skills, ich habe so ca. 600.000 Skillpunkte investiert, war inzwischen fast ohne Andocken das Ratten in den Belz möglich. Der große Vorteil, wenn du hier kämpfst, du siehst genau, welche Stärken und Schwächen dein Schiff hat. Bei den leichten Gegnern im Highseck hast du das definitiv nicht. Der Nachteil für einen Samstagabend, du hast kaum eine Chance sinnvoll, etwas zu machen, weil ständig potenzielle Feinde allein oder in der Flotte durch die Systeme geflogen kommen. An den nächsten beiden Tagen habe ich weitergemacht mit Beltraten in meinem bevorzugten System, hatte inzwischen auch so ca. 60 Millionen Cash auf dem Kontostand. Dann gab es so einen Home-Dev-Aufruf. Ich wurde sogar mit eigenem Namen im AFK-Teamspeak-Kanal angesprochen. Natürlich habe ich dem Aufruf gefolgt. Ich bin in das genannte System gesprungen, aber dort angekommen, war die Aktion bereits vorbei und ich stand mit meiner Hurricane als einziger neben vielen, vielen Cerberus-Schiffen. Danach habe ich meinen Ausbilder im Teamspeak um Rat gefragt. Er hat mir erzählt, eigentlich hat man ja 30 Tage Zeit, da muss man keine Flotten mitmachen. Nach den 30 Tagen besteht erst die Pflicht, sich an diesen Home-Dev-Aktionen zu beteiligen. An diesen Aktionen dürfen allerdings ausschließlich Doktrinschiffe geflogen werden, das heißt, da habe ich mit meiner Hurricane nichts zu suchen. Außerdem wurde mir nahegelegt, ab sofort auf das Einsteiger-Doktrinschiff zu skillen, das ist die Sküde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 22 Tage Skillzeit zum Einsteigen in dieses Fitting. Ich hätte mir hier vielleicht gewünscht, dass ich als Neuling nicht direkt mit Namen im AFK-Kanal angesprochen werde. Dann hat mich mein Ausbilder mit einem Fitting-Experten bekannt gemacht. Der hat mir wirklich sehr, sehr viele nützliche neue Informationen gegeben, inklusive der direkten Info, dass die Hurricane zum Ratten nicht zu gebrauchen ist. Trotzdem haben wir dann gemeinsam die Hurricane überarbeitet, endlich mit mehr Reichweite, außerdem meine Skillpunkte neu priorisiert in Richtung Gila und danach erst die Doktrinschüde. Ich bekam zudem mein Implantat-Send geschenkt, was mir das Skillen ein bisschen einfacher gemacht hat. Zudem bekam ich den Tipp, dass ich nicht in den Bels raten soll, auch nicht im Knotenpunkt, sondern in den einfachen Versteckgrünseiten. Am Tag 6 habe ich dann die Versteckseiten ausprobiert mit der umgebauten Hurricane. Das ging eher schlechter als recht. Über 10 Kilometer Entfernung habe ich die Gegner teilweise mit einem Schuss weggemacht, aber unter 10 Kilometer ging gar nichts mehr mit den Waffen, außer mit den Drohnen. Mit raus- und reinworben ging es dann halbwegs. Ich habe mir dann eine Probe gekauft, auf dem Koalitionsmarkt ausgerüstet und bin auf Hack-und-Sack-Tour gegangen. Mit den T1-Modulen flogen ein paar Container in die Luft, aber es war eigentlich ganz entspannt, weil ich nahezu allein unterwegs war. Hier habe ich auf einer knapp dreistündigen Runde ca. 100 Millionen gemacht, aber dafür muss ich ja nicht ins Null ziehen. Nun bekam ich das Angebot, hinter einem ratenden Korb-Kollegen zu looten und zu salvagen. Also habe ich mir eine Salvage-Trasher gebaut und bin in die gebuckmarkten Seiten geflogen, habe die MTU ausgepackt, das Zeug eingesackt und gesalvaged. Das Ganze habe ich parallelisiert mit zwei MTUs, so konnte ich immer eine Seite nach der anderen bearbeiten. Leute, was soll ich sagen, hier hatte ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass auch nur ansatzweise hier im Nullsick doch ein rentables Geschäft sein könnte. Nach sechs Seiten hatte ich knapp 100 Millionen Anzeige wert, was einem Vertragswert von ca. 61 Millionen entsprach. Und das in nur knapp über zwei Stunden mit diversen Unterbrüchen aufgrund von Feindaktivitäten. Am neunten Tag habe ich zum ersten Mal Mond-Mining am Allianz-Mond ausprobiert. Ich glaube, das war eine R64-Mond. Ich habe 225 Millionen in ca. 2,5 Stunden gemacht. Nach Abzug der 50% Steuern war der Verkaufspreis dann insgesamt ca. 80 Millionen, was für diesen Zeitraum wirklich super ist. Ich habe das Zeug trotzdem aufbereitet und in Einzelverkäufen probiert zu verkaufen. In den nächsten Tagen habe ich weiter Mining, Mining, Mining probiert, außerdem ein bisschen Weltraten. Ich wurde in meiner Coveto abgeschossen, als ich mit meinem Ausbilder im TeamSpeak gesprochen habe und abgelenkt war und das auch noch im Heimatsystem. Aber das Schiff wurde mir direkt ersetzt. Zudem habe ich noch ein bisschen Erkundung betrieben, wo ich einen Packred MTU Bauplan fand. Leider gab es die Materialien im Koalitionsmarkt zu der Zeit nicht, also wollte ich auf nach Cheetah, um mir das Zeug selbst zu holen, aber an einem Samstagnachmittag unmöglich und so verzeichnete ich meinen ersten Tod. Ärgerlich, weil ich immer noch die Implantate im Klon hatte. Kurz darauf fand ich die Materialien auch am Koalitionsmarkt und ebenfalls habe ich jemanden aus der Alli gefunden, der mir das Ding überhaupt bauen konnte. Verkaufspreis lag bei ca. 40 Millionen Isk. Weiterhin habe ich ein paar Streifzüge durch das Koalitionsgebiet durchgeführt und fand einige lohnenswerte Wracks. Dann habe ich mich dem ER-Karriere-Programm angenommen, habe das im Highsec fast fertig gemacht und habe damit nochmal ca. 300.000 Skillpunkte eingestrichen. Die Sküte habe ich derweil geskillt bis auf den 5er CPU-Skill. Nebenbei habe ich noch die Ratting-Vexor für Noobs aus den Alli-Fittings ausprobiert, aber die hat gar nicht funktioniert, weil die zu wenig Schaden gemacht hat. Zwischenzeitlich habe ich die Skills für die Gila trainiert. Die bekommt man hier per Vertrag im Komplettpaket mit vorgegebenem Alli-Fitting. Jetzt habe ich mir die Gila gegönnt. Ich habe mir die am Koalitionsmarkt besorgt und habe die Module am Alli-Markt gekauft. Das Alli-Fitting konnte ich mit meinen Skills hauptsächlich aufgrund von Strom und CPU nicht fliegen. Schade, aber ich habe mir selbst was zusammengepflegt, was halbwegs getaugt hat und habe das Ding ausprobiert. Ratten mit der Gila im Null. Let's go! Erstmal habe ich vorsichtig die Bails angetestet und verschiedene Drohnen ausprobiert. Mein Kontostand war zu diesem Zeitpunkt wieder runter auf ca. 40 Millionen NISC. Dann habe ich mir ein System mit gutem Kopfgeldmodifikator gesucht. 142% fand ich ganz gut. Ich startete mit einem verlassenen Angel-Versteck, musste jedoch einmal rausworben, weil ich beim ungewollten Abschuss eines Trägerschiffs umzingelt war. Sonst hat das im Großen und Ganzen schon ganz gut gepasst. Und die Seite hat mir eine Eskalation auf Stufe 5 hinterlassen, welche sich später als 7 von 10 entpuppte. Ich wollte die Eskalation auch fliegen, aber die ist despawned aufgrund von dem Zeitablauf in Welle 2. In den darauffolgenden Tagen habe ich grüne Seiten ausprobiert. Verstecke waren alle okay, Knotenpunkte waren alle okay. Bei der Zufluchtsstätte also beim Heaven musste ich in der letzten Welle 2-3 Mal rausworben. Dafür gab es direkt eine 10 von 10 Eskalation, die ich dann verkauft habe an einen russischen Spieler, der hat mir dafür 150 Millionen gegeben. Dann habe ich die Gila auf mehr Drohenschaden umgebaut, habe den Afterburner verkleinert, dafür lief die jetzt stabil und es klappt ganz gut. Aktuell hatte ich auf dem Konto dann schon 500 Millionen Isk und damit war die Gila refinanziert. Während des Rattens habe ich die Medium Drohnen für die Gila auf 5 geskillt und danach ging es weiter mit CPU Management für die Doktrin Sküte. Ab jetzt waren auch alle grünen Seiten absolut machbar. Das dauert zwar lange, aber auch die Heaven und Sanktums sprich die Zuflucht und die Heiligtum Seiten klappten mit der Drohnen Gila problemlos. Seitdem bin ich auf der Suche nach Eskalation. Ich hatte meinen ersten Fraktions Spawn. Ich hatte ein Domination Ballistic Control System, das für 110 Millionen weg geht. Ich habe das mal ca. 15 Millionen unter dem aktuellen Preis eingestellt. Innerhalb von wenigen Stunden knackt. Die Kopfgeld Auszahlung fallen inzwischen auch schon höher aus. Valkyrie 2 und Minmata Drohnenskills habe ich durchgedrückt auf 3 und weiter war ich unterwegs mit Ratten in Richtung Eskalation. Die Gila hat ich glaube aktuell ihr Optimum erreicht und fährt 409 DPS Drohnenschaden. Ich habe eine 8 von 10 Eskalation mit meinem Korb Spieler Raven Good Skill durchgeflogen Vielen Dank nochmal an der Stelle. Leider haben wir nur den Minimal Loot rausbekommen. Weder haben wir dann noch eine Noctis für mich klar gemacht und Salvagen für Große. Ich ging weiter Ratten auf der Suche nach Eskalation. Der Kopfgeld Modifikator lag inzwischen schon bei 146 Prozent und das obwohl ich hier in diesem etwas abgelegenen System mein Unwesen nicht immer allein trieb. Eigentlich habe ich jetzt nur noch die einsamen Knotenpunkte gespielt also die Forsaken Hubs. Zudem habe ich noch einmal Erkundung durchgeführt und was soll ich sagen in der Ghost Zeit hat es mich erwischt weil mein Heck fehlgeschlagen ist. Aber nur 6 Millionen Verlust das ist verschmerzbar. Versehentlich habe ich dann doch einen Hafen geflogen und eine 7 von 10 Eskalation rausbekommen rief im Feindes Gebiet. Ich Tasche gerade beim Endboss sehr sehr zäh. Ich musste raus warpen rein warpen wieder durch die 6 Gates fliegen es war einfach nicht schön und der Loot war leider auch nur ein 20er Overseer Item. Jetzt sollte die neue Noctis Forent mal zum Salvagen ausgeführt werden. Aber dann kam alles anders. Ich habe doch die Incursion mitgemacht. Da waren tatsächlich viele Milliarden an Isk auf dem Schlachtfeld. Eine Seite bin ich mit geflogen das gibt genau 45 Millionen Isk also vor Steuern. Dann kam der Feind an also wurde eine Home Dev ausgerufen. Es kam zum kurzen Kampf mit geringen Verlusten und der Gegner entkam. Vielen Dank nochmal an Malen nach Zahlen für die Hilfe in der Flotte. Ich war teilweise überfordert. Am Tag 29 habe ich noch mal ein bisschen gerattet. Den Loot habe ich bereits in der Zeit vorher schon einerseits zu Materialien aufbereitet andererseits an dem Tag den restlichen Loot an das Buyback Programm verkauft und insgesamt 380 Millionen Isk eingestrichen. So kommen wir zu dem finalen Kontostand von 2,3 Milliarden Isk am 30. Tag. Ja ein bisschen Administration Ich habe die Präsentation vorbereitet Kommen wir jetzt zum Fazit und bist relativ sicher solange du dich im Koalitions Gebiet bewegst Wenn du außerhalb gehst bist du auf dich allein gestellt und auf der Abschutz Liste Es gibt viel Feind Bewegung das wird aber durch das Frühwarn System abgemildert Allerdings musst du trotzdem oft docken gehen In den 30 Tagen habe ich als mehr oder weniger Neuling fast 2,5 Milliarden ist gemacht größtenteils durch Kopfgelder und Bank Auszahlungen das muss man sich mal überlegen 2,5 Milliarden in 30 Tagen Du kannst mit ein paar coolen Typen hier zusammenspielen Es sind jeden Tag teilweise auch mehrere PvP Aktionen Bei vielen wird auch das Schiff gestellt In meinen 30 Tagen Test waren genau 4 Home Dev Aktionen also Pflicht Aktionen die man mitmachen muss die ich hier steht noch 3 aber es waren 4 Dann möchte ich mal ein Wort zu den Aussagen verlieren die ich oben schon gestellt habe und damit den Bogen spannen Tag 1 Charaktere finden schnell rein das ist mit dem Ausbildungsprogramm absolut möglich 2 Milliarden Mining Erträge pro Tag naja sage ich naja mit einigen gut geskillten ausgeskillten Charakteren also mehreren Accounts ist das möglich sicher auch in weniger als einen Tag die 2 Milliarden zu machen aber für einen Neuling sicher nicht da braucht man schon viel Erfahrung dafür 30 Millionen Kopfgeldticks sind absolut machbar du du brauchst die Skills und ein gutes Schiff und dann ist das absolut möglich wer einmal hier war der will nie wieder weg das ist eine individuelle Entscheidung das muss jeder für sich selbst entscheiden Nun möchte ich noch ein großes Dankeschön verlieren an mein Ausbilder Daumen nach oben da wenn jemand das Leben im Null auch mal ausprobieren möchte bitte einfach melden und ich stelle Kontakt her wenn ihr mehr sehen oder mal mitspielen wollt dann schaut auf meinem Twitch Kanal vorbei gemütliche Grüße